Musik Musik Ja, bei den Perlenfischern haben wir eine ganz klassische Dreiecksgeschichte, wie sie in vielen Opern zu finden ist. Da gibt es wie so oft einen Sopran und einen Tenor und daneben eben einen Bariton, der den beiden ein bisschen dazwischen funkt. Musik Natürlich liebt der Sopran auch hier den Tenor, aber der Bariton ist ebenso in die Leyla verliebt und deswegen ergibt sich ein Konflikt. Aber nicht nur deswegen, sondern auch weil der Bariton, Surga und der Tenor Nadir auch noch beste Freunde waren früher. Musik Ja, die Handlung ist ja ursprünglich im fernen Sri Lanka angesetzt. Sri Lanka war damals in den 1860er Jahren nur insoweit bekannt, als dass es eine britische Kolonie war, auf dem ganz anderen Ende des Erdballs. Das heißt, man hat sich da ferne Strände, Sonnenuntergänge und so weiter vorgestellt. Der Bizet versucht das zu erzeugen durch Einsatz von exotischen Mitteln noch und nöcher. Er borgt sich also auch bei der arabischen Musik, bei der spanischen Musik Elemente aus und versucht uns da ans andere Ende der Welt zu führen. Musik Abgesehen davon gibt es einfach die ganze Bandbreite von lyrischen Melodien bis hin zu schlagkräftigen Chören und wirklich sehr viel Blecheinsatz, die zeitgymnastische Kritik hat ihm vorgeworfen, dass er ein bisschen zu wagnerisch sei. Das liegt wahrscheinlich an dem doch recht heftigen Einsatz von Blechblasinstrumenten und eben diesen lauten, kraftvollen Momenten in der Musik, die aber wiederum sich kontrastieren mit sehr, sehr schönen Melodien und leisen Tönen. Musik Musik Es gibt in den Perlenfischern dieses eine sehr bekannte Motiv, das eine Duett, was sehr früh schon zu Weltruhm kam, und das begegnet uns im ganzen Stück insgesamt acht Mal. Das heißt, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Tonarten begegnet uns das immer wieder und führt uns ein bisschen durch Stück. Musik Musik Ich persönlich finde besonders faszinierend an dem Stück, dass es in jedem einzelnen der drei Akte ein weltklassiges Duett gibt. Musik 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 Es gibt zwischen jeder der Hauptpersonen in jeder Konstellation, also Sopran, Tenor, Tenor, Bariton, und Baritonsopran, ein wirklich wunderbares Duett mit tollen Melodien, mit einer tollen Melodie, der ihm nachher hängen bleibt im Ohr. Und darauf freue ich mich immer ganz besonders. Musik 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 Musik